Dies ist eine Ansage für Theo Stratmann, dem reichen, ja, wie soll ich dich nennen, also, ich habe keine Worte dafür, es geht mir nicht darum, nicht darum, um jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht auf bestimmte Themen eingehen, ne, da habe ich auch meine ganz eigene Meinung zu, ich will auf dich eingehen, dein Verhalten, und das schmeckt mir nicht ganz. Du hast unheimlich viel Geld, okay, dann freu dich darüber, ne, freu dich, solange du es hast, denn Geld, wie gewonnen, so Zaron, kennst du dieses Sprichwort, deswegen kriegst du auch eine Ansage. Ich kenne dich weiter nicht, aber wenn ich schon YouTube-Videos über dich sehe, dann kriege ich wirklich das blanke Entsetzen. Nicht, weil du über bestimmte Themen oder deine Meinung hast, deine Meinung darfst du gerne haben, gar kein Problem, aber, ich finde es einfach scheiße, wie du mit deinem Geld umgehst. Das ist verschwenderisch. Warum sparst du nicht dein Geld, wenn mal schlechte Zeiten kommen, oder glaubst du, das wird immer in Hülle und Fülle auf dieser Welt sein? Nein, wird es nicht. Und es gab gute Zeiten, im Moment sind die Zeiten nicht so rosig, und die Zukunft ist ungewiss, mein Lieber. Und deswegen, mein Lieber bist du nicht, das musst du dir erstmal erarbeiten. Also, Theo, jetzt kommt der berühmte Song, wir fahren nach Lotz. Theo, wir fahren nach Lotz, nee, tun wir nicht. Ich würde mich mit dir in kein Privatjet setzen, weil ich das einfach dich um mich herum nicht abkönnte. Das wäre so, verstehst du, weil du einfach, du hast einfach eine Art an dir, die ist zum da weglaufen, zum Weglaufen. Ich will vielleicht auch sagen, ja, könnte auch zum Kotzen sein, aber ich will nicht so jetzt in dieses Verbale abrauschen, oder abdriffen, sagen wir so. So, aber trotzdem, du hast Glück, dass du überhaupt so viel Geld hast. Stell dir vor, du wärst in der Gosse groß geworden, oder irgendwo sonst anders. Oder hättest, was weiß ich, hättest kein Geld gehabt. Ja, dann wärst du wahrscheinlich jetzt auf dem Boden der Tatsachen. Denn es gibt Leute, die kämpfen jeden Tag ums Überleben, und wohnen in irgendwelchen Favelas, oder in irgendwelchen Behausungen, ja, wo du niemals den Fuß reinsetzen würdest, aber für diese Leute könntest du spenden. Denn die haben gar nichts. Gar nichts haben die. Gar nichts. Verstehst du das? Und deswegen, fang an Demut zu zeigen. Fang an demütig zu sein. Es kann doch nicht angehen, dass du da am Tisch sitzt, Sekt, Champagner und Kaviar futterst, und dich dann noch lustig machst. Das kann nicht wahr sein. Und deswegen hast du auch die Ansage verdient. Verdiente Ansage hier. Und ich mach, nein, wie gesagt, jetzt, halt, stopp, jetzt rede ich. Du hältst jetzt den Mund, Theo Stratmann. Ja, dieses Husten hast du verdient. Zufälligerweise kenne ich arme und sehr reiche Leute. Aber ich kenne auch Leute, die noch reicher sind als du, aber ein Verhalten an den Tag legen, als wären sie die Bettler und würden irgendwo sitzen, ja, weißt du, irgendwo an der Straßenecke, die würden sich dort hinsetzen. Es gab mal das Experiment, dass sich Millionäre irgendwo hingesetzt haben. Du magst viel Geld haben, aber du hast keinen Charakter. Sonst musst du ihn beweisen. Beweis es mir, mach eine Reaction oder sonst was. Reagier irgendwie auf YouTube in Form eines Videos. Sag mir doch, ja, du hilfst und spendest. Das hast du schon gespendet. Beweise es doch. Vorher nehme ich solche Leute wie dich nicht ernst. Ist mir scheißegal, wie viel Kohle sie haben. Und wenn ich mal mehr Geld haben sollte und im Moment sieht das gut danach aus als du, dann werde ich auch mich erkenntlich zeigen bei denen, die nichts haben. Die betteln müssen, die auf der Straße setzen, die Bitt stellen müssen. Verstehst du? Die nichts haben, nichts zu essen und zu trinken. Dort werde ich hingehen persönlich, ja, im Anzug vielleicht auch so wie du, aber ich werde den 1000 Euro in die Hand drücken und sagen, hier hast du was, hier hast du mal was. Ich werde helfen an Ort und Stelle, das sag ich dir. Und solche Leute wie du haben das Geld und die Kohle nicht verdient. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.